Untertitelung des ZDF, 2020 Isocyonat-Methyl-Mesethyl-Oxid, an sich völlig harmlos. Vorsicht! Völlig harmlos. Nichts, ist alles frei. Nichts, habe ich gesagt. Nichts, habe ich gedacht. Ich weiß, wenn nur ein Liter Altöl ausläuft, dann kann das ja eine Million Liter Grundwasser versorgen. Äh, genau. Keine Kacken, lass versorgen. Ein gepflegtes Halleluja. Das ist so faul, dann schnimm die Funken weg. Möchte wissen, wo der steckt? Der Lastwagenfahrer? Ja, wo steckt der Menschenskind? Was treibt der? Dann, äh, wenn wir uns das wohl trennen müssen, was? Ich bin's, der hier die Fragen stellt. Ist dir ein deutscher LKW durchgefahren? Äh? Ein deutscher LKW? Ja. Ja, habe ich gesehen. 1941. Und scheint Rechtsanlern zu überholen. Und scheint Rechtsanlern zu überholen. Moment, ich bin's, der hier die Fragen stellt. Es ist die Rückenzeit. Nichts überstürzen. Pass auf, die Brücke! Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist doch echt scheiße! Warum sind da mit Wutzen? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Von Rotwein habe ich jetzt endgültig die Schnosse voll. Also, ich verstehe das alles nicht. Was soll das alles? Jetzt stelle ich dir die Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank.